To roll the track, Leute, schaffe ich es nur anhand von Gedanken heraus, die Strecke von Miami nachzuzeichnen. Ja, es geht endlich wieder weiter. Die Formel ist in Florida, in Sunshine State. Und ich möchte mit euch die Strecke nachzuzeichnen. Bewertet gerne am Ende von 1 bis 10, macht das bloß mal das Herzrot und wir starten los. Es ist dieser lange Geraden, die ja die Strecke ausmacht, bis man dann in diesen letzten Zick-Zack-Kurvenzeug reinkommt. Hier rauf, Start, Ziel, die erste Kurvenkombi, ganz, ganz schwierig. Dann haben wir diese langgezogene Rechtskurve, bis man dann in die SS kommt, wo es ja letztes Jahr ganz, ganz schwierig wurde für einen Fissen, monogastischen Piloten. Hier dann die Geraden rauf, das ist dieser Knick, der mit dem Sektor. Und dann haben wir Zick-Zack und dieser Highlighter-Kurve. Das sieht sehr verkrüppelt aus, auf jeden Fall. Aber was sagt ihr? Welche Note würdet ihr mir geben? Und wenn ich an der Saal gucke, ich sage tatsächlich nur das 6 von 10. Ich bin sehr gespannt. Macht das bloß mal das Herzrot. Wir sehen uns. bald. Untertitelung des ZDF, 2020